Samstag Nacht herrscht Alarmstimmung in deutschen Diskotheken. Es wird gestritten, geprügelt und gedealt. In Berlin sorgt ein mobiler Sicherheitsdienst für den Schutz der Gäste und bestimmt, wer in die Disco reinkommt und wer nicht. Es ist immer eine Fläche mit ihm, also nach Lust und Laune wird er ausgemustert. Diese Türsteher sind Schweine hier. Idioten sind da, die haben keine Ahnung. Wenn man sieht, dass Reden eigentlich gar nicht mehr geht, weil er aggressiv ist und rumschlägt oder versucht Angriffe zu starten, dann kommt er natürlich sofort, wird das sofort raus. Schlägereien gehören zum Berufsrisiko. Wer wirklich Angst hat, der kann diesen Job nicht machen. Kein Job für Männer. Das sind Job für Männer. Auch in sozialen Brennpunkten der Hauptstadt ist der Sicherheitsdienst gefordert. Ich habe Morddrohungen erhalten und bin selber schon angegriffen worden. Man wollte mit einer Holzlatte schon auf mich los und deshalb gehe ich hier alleine nicht mehr durch diese Wohnanlage. Mit einer ständigen Präsenz der Security ist es möglich, hier ein einigermaßen großes Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Aber eins ist klar, wenn die Security hier nicht mehr anwesend wäre, würde wieder der Krieg ausbrechen, der hier ist. Vorbereitung für die Nachtschicht. Die Sicherheitsprofis Willi Brunnemann und Michael Kur sind ein eingespieltes Team. Elf Patronen stecken im Magazin der Pistole Marke Glock. Eine im Lauf. Kaliber 9 Millimeter. Bei gefährlichen Einsätzen ist der Chef der Sicherheitsfirma immer bewaffnet. Man muss immer noch betrechnen, dass was passieren kann. Und fast alle meine Türsteher, die haben eine Schussweste. Das kann einer angreifen mit einem Messer oder mit einer Pistole. Wir haben einen sehr gefährlichen Job. Und unser Leben kann die Schussweste retten. Bevor Willi Brunnemann in die Sicherheitsbranche wechselte, war er 15 Jahre beim SEK. Die beiden kennen uns schon sehr lange und fahren in diesem Bereich der nächtlichen Überprüfung die einzelnen von uns betreuten Diskotheken bzw. Baustellen etc. ab. Und dort bin ich tätig auch unter anderem als ein direkter Schutzfahrer und Berater. Ihre erste Station, das Palace, eine Diskothek im Berliner Stadtteil Wedding. Es gibt in jedem Laden Stress. Irgendwann. In jedem Fall mehr. Also ich kenne keinen Laden, keine Diskothek, wo noch nie Stress war. Gibt's nicht. Passiert immer irgendwie was. Entweder mutwillig oder wenn sie betrunken sind. Seit sieben Jahren sorgen sie in der Großraumdiskothek für Sicherheit. Neben dem Palace hat er seine Mitarbeiter noch in fünf anderen Diskotheken und der Spielbank Berlin eingesetzt. Freitags ist Großkampftag im Palace. Bis zu 2000 Besucher strömen in die Disco. Bevor sie den Tanztempel betreten dürfen, werden sie von den Türstehern gemustert. Der Chef macht sich ein Bild von der Sicherheitslage. Die Regeln für den Einlass bestimmt der Geschäftsführer der Diskothek. Mit der Tür steht und fällt im Prinzip das, was man hier im Laden für Menschen hat. Das heißt, für uns ist wichtig, welches Klientel wir hätten können haben. Das heißt, damit steht und fällt auch der Ruf des Ladens und das Image einfach. Die Türsteher übernehmen das Aussortieren. Für 12,50 Euro die Stunde. Wer abgewiesen wird, erhält nur selten eine Erklärung. Haben nicht gepasst. Nicht in den Laden. Wir haben schon so ein bisschen ein Bild von den Leuten, die rein sollen und die nicht. Und wir wissen auch, wie man sich verhalten, gerade wenn sie dann was getrunken haben oder so. Man hat da schon so ein bisschen Auge für. Deshalb war man der Meinung, dass sie nicht wirklich reingepasst haben. Und warum nicht konkret? Erstens, von der Optik her sahen die nicht wirklich gut aus. Haben sie uns nicht zu gefallen. Und zweitens, wie gesagt, es ist halt die Erfahrung, gerade mit Ausländern, dass es viel Stress ist, gerade wenn sie was getrunken haben. Wer schon betrunken kommt, kann gleich wieder gehen. Das nächste Mal nüchtern kommt, ist kein Problem. Ich habe anders gefahren. Wieso? Ich bin zwar über den Tod getrunken, aber... Wir haben von gesehen, wir haben von gesehen, wie du gekommen bist. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass ich irgendwelche Ajax machen würde. Oder? Zum Glück. Sie kennen mich doch nicht, oder? Ich weiß. Wovon hängst du denn an? Dieses Argument würde ich wissen von ihm noch. Keine Ahnung, er ist abgefuckten Disco. Schwarze Haare. Nach Lust und Laune wird hier ausgemustert. Der hat ihn mindestens schon 20 Mal an der Tür abgewiesen und 50 Mal hat er ihn reingelassen. Und jetzt kommt er mir mit dem Argument, ich kenne ihn gar nicht. Da muss man eine richtige Linie durchziehen. Da weiß ich von vorne rein, er lässt ihn nie rein. Da versuche ich es auch nicht nochmal, aber er kann nicht dreimal ihn reinlassen und dann lässt er ihn zweimal wieder nicht rein. Was soll denn das sein? Guck mal, für mich ist es jetzt mehr oder weniger der Amt gelaufen. Also auch wenn ich jetzt woanders hingehe, ich bin auch schlecht gelaufen. Es geht jetzt darum, dass wir den Eindruck haben, dass sie eben stark vertrunken sind. Aber es ist noch lange nicht, dass ich den Laden irgendwie blamieren würde. Nicht blamieren, aber es kann sein, dass sie trotzdem aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht mehr in der Lage sind, eventuell die Treppe normal runterzukommen. Zum allerersten Mal heißt es noch lange nicht, dass ich irgendwelche Schlägereien machen würde, oder? Das kann aber sein. Wie viel willst du denn noch drin trinken, möchte ich mal gerne wissen. Wenn du noch ein Bier trinkst, ey, dann trittst du einem auf den Fuß oder machst du eine falsche Bewegung und dann hieß es eine Schlägerei. Dafür habe ich gar nicht verstanden es. Wieso kommt der nicht rein? Das wird die gerade hier erfragen. Wie ist Argument? Aufgrund des Alkoholkonsums. Von außen redet doch keine. Also du kannst höchstens vielleicht noch ein Bier trinken, dann liegst du flach. Meistens ist es verbal, meistens wird es laut. Aber in ganz groben Fällen kommt es natürlich auch so Schlägerei. Wenn der Mann eben extrem betrunken ist oder eventuell auch Drogen genommen hat, wie Kokain, dann sind sie ja unberechenbar. Und dann kann es schon eskalieren und dann kommt es auch so Schlägerei. Die hatten wir ja schon oft hier noch gehabt. Bevor Michael Kur mit seinem Sicherheitsteam das Palace übernahm, gab es jedes Wochenende Schlägereien, Überfälle und Messerattacken. Auf die Türsteher. Als Türsteher irgendwo zu arbeiten, egal in welcher Diskothek, ist immer ein sehr großes Risiko, weil immer die Gefahr besteht, dass irgendein Durchgeschnallter da ist, weil er eventuell abgewiesen wird. Oder weil er der Meinung ist, sich zu profilieren, dass es da zum großen Knall kommt. Also wirklich der Job als Türsteher ist sehr gefährlich. Viele Diskotheken sind rechtsfreie Räume und die Schläger-Trupps oft Handlanger von Schutzgelderpressern. Erst übernehmen sie den Job an der Tür und später den ganzen Laden. Gängige Praxis in der Berliner Diskothekenszene. Im Umgang mit Schlägern und Messerstechern geht Michael Kur seinen eigenen Weg. Wir haben ja eine Politik, die sich absetzt von den anderen. Wenn es zur Streiterei kommt, sprich zur Schlägerei, halten wir, oder zumindest versuchen wir, denjenigen festzuhalten und der Polizei zu übergeben und machen eine Anzahl. Wegen Bedrohung, wegen Nötigung, versucht ein Hausfriedensbrochen. Das ist natürlich für die eine härterer Bestrafung, als wenn sie jetzt eine große Trachtbrügel von uns bekommen. Berlin-Spandau, kurz nach 23 Uhr. Die Disco Star Island hat erst vor wenigen Monaten eröffnet. Sechs Türsteher regeln den Einlass. Gerade am Anfang will man hier kein Sicherheitsrisiko eingehen. Der Laden muss sein Publikum erst noch finden. Die Türsteher wissen genau, wen sie wollen und wen nicht. Das müssen sie ausstrahlen. Party. Keine Aggressivität wollen wir hier sehen. Die Leute sollen drin keine Angst bekommen. Die Leute wollen hier feiern, die wollen hier ein bisschen Spaß haben, die wollen hier Geld ausgeben. Die sollen nicht zu locker aussehen, nicht zu sportlich, auf gar keinen Fall. Und ich denke mal, Publikum haben wir auch. Was ist gegen sportlich einzuwenden? Ja, sportlich verleitet auch schnell. Ich denke, Jogginghose aber schnell mal einen Fußtritt oder sonst irgendwas. Oder es ist mir ja, die Sachen haben sowieso nicht so großen Wert, als wenn ich eine Buntfaltenhose habe oder teure Schuhe, Budapester oder so. Dann trete ich mal schnell zu. Muss nicht unbedingt sein. Aber das Gesamtbild, das verändert sich auch dadurch. Lieber eine legere Abendkarterobe, dann passt das alles gut. Palace ist eine andere Situation. Palace ist Wedding. Hier ist es spannender. In jeder Diskothek herrschen unterschiedliche Kleiderordnungen. Wir bekommen das ja vorher von der Geschäftsführung. Und die sagen, die wollen ein bestimmtes Publikum haben und nach diesen Regeln säubern wir praktisch den Laden. Das heißt, wenn der Geschäftsführer sagt, keinen mit Turnschuhen, dann lassen wir keinen mit Turnschuhen rein. Oder keinen mit Jeans. Der pflegt eine Garderobe, dann lassen wir eben halt nur mit Garderobe rein. So selektieren wir eben halt nach den Bedingungen, nach den Vorschriften und Wünschen vom Geschäftsführer. Fallen dem Sicherheitsexperten außerdem Straftaten auf, informiert er die Polizei. Die bekommen auch von mir Informationen, wer Stress macht, wer versucht, eventuell seinen Schutz dort anzubieten, wer eventuell versucht, Drogen zu kaufen. Die Informationen werden von mir weitergegeben. Und das ist nicht der normale Weg von Sicherheitsfirmen in den gastronomischen Bereich, weil alle irgendwo versuchen, selber noch irgendwo in der Marken ihm bei zu verdienen. Der viermalige Kickbox-Weltmeister hat klare Vorstellungen, wer bei ihm arbeiten darf. Das heißt, du werdet ihr auch das Herz an der richtigen Stelle haben. Das zeigt sich dann erst im Gespräch, da haben sie alle Mut und kennen alles. Und dann, wenn die Leute arbeiten, eine erste Stresssituation ist da, dann kommt es zur Schlegerei. Dabei passiert es oft, dass die Leute dann eben halt weg sind, auf Toilette sind oder kurz den Getränk genommen haben, aber nicht da sind, wo die Stresssituation ist. Das heißt, sie haben Angst. Und wenn ich das merke, werden sie natürlich sofort entlassen. Weil an der Tür, der Job ist hart, das ist brutal mitunter und man braucht das Herz hier. Wer wirklich Angst hat, der kann diesen Job nicht machen. Weitere Voraussetzungen, die Mitarbeiter müssen über 25 Jahre alt sein, ein sauberes Führungszeugnis haben und Kampfsport betreiben, damit sie sich im Ernstfall verteidigen können. Ein paar Gangs haben uns angegriffen, mit Baseballschlägern, Lässernwaffen. Letzte Woche, vor drei Wochen, wurde ich mit einer Machete bedroht von einem Al-Warner. Ja, nur solche Sachen, Schlegereien. Was macht man da, wenn da einer vor einem steht mit einer Machete? Nicht den Rambo spielen und rausgehen und eins gegen eins, sondern 1-1-0, Polizei rufen am besten. Und im schlimmsten Fall, da muss man sich werden. Deswegen trainieren wir auch. Viermal die Woche, das wird vom Chef erwartet. Es ist eine Arbeit, wie er da auch, wo ich mich auch auf dem Bau mit einer Steife verletzen kann oder im Betonrennenfall oder sonst was. So kann es auch passieren, dass ich was auf die Nase kriege oder dass ich geschubst werde oder schlecht mit einem Messer angegriffen werde. Aber im Nachhinein, ja, man fängt damit an zu leben. Und feste Freundschaften bauen sich auf jeden Fall auf, weil man weiß, wer vorne mit einem an der Front steht und wer eben die Kollegen sticht, ist es auch nicht. Wir haben auch Kollegen, die weggerannt sind, aber die sind dann am nächsten Tag vielleicht schwer arbeitslos. Mit der Zeit erkennt man, wer an die Tür gehört oder wer nicht. Nicht jeder kann an der Tür arbeiten. Das gehört auch viel Herz. Also Angst haben wir alle. Das kann ich ja sagen, ich bin der Mutigste, ich habe keine Angst. Das ist gelogen. Da glaube ich an Angst, wenn er eine Waffe zieht. Ich habe eine Familie zu ernähren. Ich habe jede Angst. In der City-Passage mitten in der Hauptstadt haben verängstigte Ladenbesitzer um Schutz gebeten. Kein Einzelfall. Sicherheitsdienste gehören in deutschen Großstädten, in Einkaufszentren oder Ladenpassagen inzwischen zum Stadtbild. Der Sicherheitsdienst, der boomt, muss man sagen, weil die Kriminalität ist enorm gestiegen. Und dadurch ist auch der Sicherheitsanspruch enorm hoch geworden. Es gibt viele Gangs, Junggangs, die einfach kommen in eine Gruppe rein und lenken ab die Verkäuferin und der andere nimmt sich irgendwas mit. Also es ist einfach notwendig. Und das haben auch die Ladenbesitzer erkannt, dass es fast ohne Security gar nicht mehr geht. Ansonsten steht der Laden leer. Dieses Geschäft hat sich auf hochwertige Designer-Pullover spezialisiert. Beliebte Ware bei den Jugendgangs. Also ich bin eigentlich glücklich darüber. Ich finde das ganz toll. Also wenn es tagsüber, sag ich mal, jetzt brenzlig wird, wenn ich jetzt beobachte, dass da irgendwelche Jugendlichen unterwegs sind, vier, fünf Mann oder auch mehr, dann mache ich das schon, dass ich bevor die reinkommen, dass ich den Sicherheitsdienst schon vorher hole, weil die ja dann ganz nützlich sind. Neben Diebstahl ist Checkkartenbetrug das größte Problem in der Ladenpassage. Einige Besitzer wissen sich nur, mit dem Schlagstock zu wehren. Friedlich geht das sowieso nicht, ja. Es ist immer so, dass man zugeschlagen ist. Wenn man nicht zugesteckt, dann hat man schon am meisten Ärger. Weil die schlagen schon zu. Das ist ein wenig kooperativ. Die wollen sich natürlich die Karten nicht wegnehmen lassen, die sie gerade geklaut haben. Und dann sagt man, jetzt die Karte behalte ich, wie bitte, und dann geht's los. Insofern verteidigt man sich dann meistens. Ob man nun so ein Ding einsetzt, ist verdammt. Aber meistens hat man dann ein bisschen was zu tun. Der nächste Einsatz, ein Wohnblock in Neukölln. Wir fahren jetzt zu einem Objekt, wo 90 Prozent Ausländer wohnen. Hier ist ganz klar erst mal zu erkennen, warum Security und die Polizei gefordert ist. Und auch ganz klar überfordert ist. Weil hier sieht man sehr deutlich, dass hier ein Kampf ist, den man eigentlich gar nicht mehr zurückgewinnen kann. Weil hier einfach die Kriminalität ihre Wurzeln hat und wächst und gedeiht. Und man kann nichts gegen tun. Und wir versuchen trotz allem, was sehr, sehr schwierig ist, ein wenig Sicherheit dort den Mietern zu vermitteln, weil eben doch viele bedroht werden. Die banalsten Straftaten, die können wir rechts und links hier sehen, sind Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Körperverletzungen, räubrische Erpressung. Ihr meint es damit abziehen von irgendwelchen allein spazierenden, in den Abendbereichen und Leuten. Da wird das Handy geklauert, umgehauen, Geld weggenommen. Dann Rauschkifthandel, etc. Also diese üblichen Straßenkriminellen, die hier in den Abendbereichen tätig sind. Objektkontrolle. Statt 1500 Menschen leben in den 600 Sozialwohnungen fast doppelt so viele. Der Sicherheitsdienst soll für den Schutz der Mieter und Mitarbeiter sorgen. Hausverwalterin Manuela Mattis kommt einmal pro Woche zur Mietersprechstunde. Immer wieder wird sie bedroht. Meistens von Mietern, denen fristlos gekündigt wurde, weil sie seit Jahren ihre Miete nicht zahlen. Bevor der Sicherheitsdienst da war, waren wir ja beide nur alleine. Dann sind sie schon auf uns los. Teilweise mit der Holzlatte. Teilweise haben sie gesagt, wir treffen uns nachts wieder oder abends wieder im Dunkeln. Oder beschimpfen uns halt mit sehr vulgären Ausdrücken. Ich bin sehr ruhig, muss ich mal sagen. Ich drehe mich auch oben und laufe weiter. Aber immer ruhig zu bleiben ist recht schwierig und kommt immer auf den Charakter drauf an. Mein Kollege ist da ein bisschen impulsiver und dann kann es natürlich schnell eskalieren. Und durch den Sicherheitsdienst hat sich eigentlich einigermaßen alles so ein bisschen geregelt und beruhigt. Aber teilweise rasten sie nach wie vor aus. Wie vielmals sind wir oben getan, klopfen? Hallo, können Sie ein bisschen ruhiger? Macht nichts. Machen wir also nichts. Wenn wir kommen, ist der Lärm zu Ende. Nein, ich weiß es auch nicht. Deswegen, wir müssen, wir können das machen. Ich muss die Polizei helfen. Und die setzen sich dann eine Stunde hin oder neben dir. Aber ich habe ja schon mal gesagt, sie muss die Polizei holen. Wir sind hier einfach der falsche Ansprechpartner. Wir sollen die Polizei rufen, wir können ihr hier nicht helfen. Ja, sie traut sich also nicht mit, wenn sie die Polizei ruft. Weinkrämpfe zählen zu den harmlosen Vorkommnissen der Mietersprechstunde. Vor unserer Zeit wurde die Frau Mattesai-Uhrfeigt hier drin. Sie wurde mit Dreck beschmissen, bedroht. Und der Herr Knigge, der Hausmeister, wurde auch schon mehrmals angegangen. Also von der Wahrheit aus, das ist absolut notwendig. Ja, Moment. Wiedersehen. Hallo. Also das ist eine absolute Notwendigkeit. Die Leute sind halt unverständlich. Und da Frau Mattes auch eine Frau ist und wir einen großen Anteil an Türken und Arabern hier haben, die leben, haben das halt immer Probleme, wenn eine Frau ihnen erklärt, dass es nicht so läuft, wie sie es in diesem Moment gerade wünschen oder haben möchten. Trotz Massenschlägereien unter Anwohnern, Rauschgift und Waffenhandel ruft der Sicherheitsdienst zwiespältige Gefühle hervor. Die Eins ist ganz voll. Also als ich die Sicherheitsbeauftragte hier gesehen habe, dachte ich, aha, meine Meinung hat, dass die Gegenwart schlecht geworden ist, einfach nur bestärkt hat. Ja, dass ich gesehen habe, aha, es ist wirklich so weit hier gekommen, dass hier Sicherheitsleute echt Beobachtung machen müssen, was ich eigentlich sehr schätze und auch gut finde. Vielen schätze es auch ab, ja. Und sie sehen, aha, hier laufen Leute rum, die für die Sicherheit sorgen. Wo ich am 84 hier umgezogen war, das war total sauber, sehr schön. Jetzt möchte ich gerne weggehen, aber ich habe ja keine Chance. Jahrelang wurden die Wohnungen mit Asylbewerbern und sozial schwachen Familien überbelegt, ohne Rücksicht auf die Folgen. Uns, die da täglich mit zu tun haben, erschreckt es natürlich auch ja nicht mehr, auch diese Verdreckung in den Wohnungen, ja. Ob da jetzt Kakerlaken sind, Ratten, Schimmel, ob die, das ist ja genauso da. Die pullern ins Treppenhaus, die pullern nur in ihrer Wohnung überall hin. Also da riecht es genauso. Seit sieben Monaten sorgt das Team im Auftrag der Hausverwaltung für Sicherheit. Wir sind normal zuständig hier, weil die Mieter ja nun durch diesen hohen Anteil, dass sie ja teilweise mit zwölf Mann in einer Wohnung leben, haben sie natürlich auch viel Müll und benutzen große Müllsäcke. Und die passen nicht hier oben rein, diese Riesenmüllsäcke. Die Tonnen sind leer und deshalb stellen sie den Müll halt daneben ab. Das ist ja schon sortiert worden von unserer Reinigungsfirma, sonst liegt es also bergeweise quer durcheinander und alles fliegt raus. Im Sommer natürlich extrem schlimm, weil der Geruch ist unerträglich. Zu den Aufgaben von Manuela Mattes gehören auch Hausbesuche. Was sie erwartet, weiß sie nie. Für diese Wohnung hat sie sich den Schlüssel besorgt. Der Mieter ist verstorben, es gibt keine Hinterbliebenen, sie muss die Wohnung räumen lassen. Wohl ist ihr nicht bei ihrem Job. Ich habe Morddrohungen erhalten und bin selber schon angegriffen worden. Man wollte mit einer Holzlatte schon auf mich los, dann ist mein Kollege, der Knicke dazwischen gegangen, der hat es dann abgewehrt. Und von daher, also meine Sicherheit ist mir wichtig und deshalb gehe ich hier alleine nicht mehr durch diese Wohnanlage. Treppenhäuser, Kellerräume und Garage werden regelmäßig kontrolliert. Die Tiefgaragen sind vor unserem Arbeitsbeginn hier im Objekt als Stellplätze für geklaute Autos, die dann entweder ausgeschlachtet und komplett beseitigt wurden oder die Reste wurden halt hier einfach stehen gelassen. Durch die Bestreifung unsererseits hat sich dieses Maß einfach reduziert an Autowachs und an den ganzen Schmutz, der hier unten mal rumgelegen hat. Bis nachts um eins drehen die Männer vom Sicherheitsdienst ihre Runden. Vor etwa zwei Monaten sind wir noch in zweier Streifen laufen, aber da wir hier massive Probleme mit Anwohnern hatten, haben wir einfach entschlossen, auf Sicherheitsgründen, dass wir nur noch zu viert laufen und so sich mehr teilen. Das ist Eigensicherung. Das ist einfach eine Eigensicherung, die wir betreiben und von daher gibt es keine Teilung mehr. Das bleibt einfach bei dem, wie es jetzt ist. Und dadurch kann man auch unsere Arbeit effektiver verrichten als vorher. 19.000 Euro im Monat ist der Hausverwaltung der Sicherheitsdienst wert. Das ist die sogenannte Mission Impossible. Fast unmöglich. Hier für 100% Schutz zu sorgen. Eigentlich ist es ein verlorener Krieg, den man gar nicht zurückgewinnen kann. Nur mit einer ständigen Präsenz der Security ist es möglich, hier ein einigermaßen großes Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Aber eins ist klar, wenn die Security hier nicht mehr anwesend wäre, würde wieder der Krieg ausbrechen, der hier ist. Zwei Uhr nachts in der Diskothek Palace. Es gibt Stress im Laden. Die Toilettenfrau hat Alarm ausgelöst. Die Türsteher sind im Einsatz. Die Türsteher haben die beiden Gäste Drogen konsumiert. Ein Vergehen, das sofort geahndet wird. Sie werden aus der Disco verwiesen und bekommen Hausverbot. Auch der Sicherheitschef will einen Gast zum Gehen bewegen. Schwierig, anstrengend. Sehr anstrengend. Das heißt, wenn jemand betrunken ist. Aber er hat sich eingesehen, dass er zu betrunken ist. Er konnte ja gar nicht mehr reden. Der Besucherandrang reißt nicht ab. Zwischen zwei und vier Uhr morgens ist die Diskothek am besten besucht. Messer finden wir sehr oft. Also gerade so klicken die, checken ja die Leute vorne ab. Und da werden sehr oft halt Messer gefunden. Schlagstücke hatten wir schon. Schreckschusspistolen. Also es kommt alles vor. Und nicht selten. Immer wieder versuchen abgewiesene Pistengänger, die Türsteher zu überreden, sie doch noch reinzulassen. Vergeblich. Weiß nicht, wir sind wohl ein bisschen südländischer als die anderen. Quatsch, man. Er ist voll okay eigentlich, aber wir machen noch Faxen. Er sagt, wir passen da nicht rein, aber stimmt gar nicht. Ich muss mich doch nicht jedes Mal vorstellen. Ich habe mich schon zweimal vorgestellt. Oma habe ich mit ihm geredet. Vor einem Monat habe ich mit ihm geredet. Du kennst mich doch auch. Du siehst mich doch auch. Ich bin die ganze Zeit nie, nie, nie. Im ersten Moment. Ja, Ausziehung rund. Du wirst auch sauer. Wenn du irgendwo reinkommst, nächste Woche erkennt er dich nicht. Letzte Woche komme ich hier rein ohne Probleme, kein gar nichts. Siehe noch schlimmer aus als jetzt. Nee, er kommt nicht rein. Er kommt nicht rein. Ich? Warum? Weiß nicht. Bin hier geboren, aufgewachsen. Ohne Begründung. Hieß mal Studentenausweis. Schwarze Haare, Lederjacke ist normal. Also die sind zu fünft, der herkommt. Zu viert kommen wir rein. Der ist der einzigste, der nicht rein darf. Da würde ich mich nicht wundern, dass die Türsteher hier Probleme kriegen, wenn wir irgendwelche Freunde hier rufen und hier mal rein stürmen und die Türsteher schlagen. Also ich bin nicht so einer. Aber wenn die anderen es machen, kann es richtig verstehen. Man baut sich die Aggression irgendwie selber auf, irgendwie an der Tür. Und dafür können die Türsteher eigentlich nur was dafür. Also ja, normal. Drei, vier Bier und dann... Na guck mal. Diese Türsteher sind Schweine hier. Die Idioten sind das, die haben keine Ahnung. Man muss ein dickes Fell haben manchmal. Man muss auch viel beleidigt und bedroht werden hier. Mit was? Bedroht? Na, überwiegend werden einem Schläge angedroht. Von wegen, man sieht sich zweimal oder... Ich zitiere jetzt, ich ficke dein Leben und naja. Wann die Situation eskaliert, können auch die routiniertesten Türsteher nicht voraussagen. Mit Sporthosen. 190 Euro. Mag ja sein, aber pass nicht so gut rein. Du bist nicht? Ich bin da nicht schon aus. Plötzlich kippt die Stimmung. Ganz einfach, das ist mein Echt. Das hat man doch gleich gesehen. Die Äußerst schnell hochgehen, also aggressiv werden. Und sowas wollen wir natürlich hier in Lahn absolut nicht haben. Da wollen wir den Schei es über hier an der Tür immer legen. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Nach 30 Sekunden ist alles vorbei. Niemand wird verletzt. Die Angreifer flüchten. Das beste Beispiel dafür, wie aggressiv alles sich hier entwickeln kann. So schnell kann das jedes Wochenende passieren. Mithilfe der Polizei will Michael Kur die Täter stellen. Ich fahre jetzt mit und versuche die Leute zu finden und zu identifizieren. Vielleicht sind sie ja noch im Umkreis und dann können wir noch eine Anzeige machen. Die Leute waren zwar schon sehr aggressiv gewesen von Anfang an, aber ich hätte nicht gedacht, dass es noch so eskaliert. Man muss immer damit rechnen, passieren könnte es immer, aber dass es so eskaliert, damit hat man nicht recht. Wir sind alle keine Supermänner, ganz herrlich. Angst hat jeder, aber man muss damit umgehen. Wir müssen das machen und das ist unser Job und das ist gut so, ist okay. Das passiert nicht alltäglich und das ist echt okay. Die Türsteher werden als Zeugen vernommen. Die Suche vom Chef ist erfolglos. Wir haben also nur die Jedermannsrechte. Das heißt, wir haben also nicht die Aufgaben der Polizei. Wir können also nur reagieren praktisch im Sinne der Selbstverteidigung in der Notwehr. Ansonsten haben wir relativ wenig Rechte. Wie gesagt, wir sind keine Polizisten. Seit 1994 schlägt sich der ehemalige Postbote die Nächte in Diskotheken um die Ohren. Also ich hoffe, dass wir doch hier ein bisschen was bewegen können, also dass wir auch was verändern können, dass die Stadt Berlin ein bisschen ruhiger wird. Aber wenn das sich wieder zurückbildet, dann ist man halt so frustriert, dass man wahrscheinlich doch aufhört. Weil das ist ja doch sehr gefährlich, weil man macht sich ja eine ganze Menge Feinde von der anderen Seite. Und das kann ja doch irgendwann mal in Hosen gehen. Man kann ja nicht alle ins Gefängnis stecken. Einmal pro Monat trainiert der 41-Jährige auf dem Schießstand. Eine von vielen Voraussetzungen, um den Waffenschein nicht zu verlieren. Wir hatten früher ganz normale Schlägereien. Da galt noch das Faustgesetz. Das ist heute vorbei. Es haben viele eben auch Waffen dabei, sprich Butterfly-Messer oder Messer, Dolche, alles Mögliche, eventuell auch bis zu Waffen. Ob die scharf sind, das weiß man nicht. Aber wenn man dort angegriffen wird mit einer Waffe oder bedroht wird, dann muss man erstmal davon ausgehen, dass das eine scharfe Waffe ist. Aber in jedem Fall hat das auch zugenommen. Diese enorme Gewaltbereitschaft. Und es ist auch so, dass die Waffen gezeigt werden und die auch eingesetzt werden. Also enorm gefährlich. Beim Personenschutz erwarten die Kunden, dass die Sicherheitsspezialisten mit der Waffe umgehen können. Wenn eine Person richtig gefährdet ist, wenn die Person fürchtet um Leib und Leben, dann sollte man schon eine Waffe haben. Weil man muss immer mit rechnen, dass der Angreifer bewaffnet ist. Und da muss man natürlich auch entsprechend antworten können. Besondere Aufgaben erfordern ein besonderes Auftreten. Das Team ist gebucht worden, um die Pressekonferenz von Boxweltmeister Sven Ottke abzusichern. Die Veranstaltung heute ist ja anders, als wenn wir sonst in unserer Locations arbeiten. Wir haben heute eine Veranstaltung, eine sehr hochwertige Veranstaltung. Also absolute Diskussion, sauberes Arbeiten, gerade stehen, kein Kaugummi kauen, guten Eindruck hinterlassen. Benni? Kanal 1? Ankunft des Weltmeisters. Michael Kur und Sven Ottke haben früher gemeinsam trainiert. Beide sind Berliner, man kennt sich. Kann ich mal den Bauer kommen? Was? Hallo! Egal wo Ottke auftritt, er ist immer von Security umgeben. Rund 70 Journalisten werden erwartet. Michael Kur, der auch schon die Bambi-Verleihung und die Berlinale betreut hat, weiß aus Erfahrung, dass alle so nah wie möglich sind. Die Bauer, die sich an den Star heran wollen. Box-Events haben zudem ihre eigenen Gesetze. Es könnte vorkommen, dass sich zwei Boxer, die gegeneinander kämpfen, bei der Pressekonferenz sich vielleicht schon gar nicht mögen. Und aufeinander losgehen, das ist alles möglich. Das hat man schon oft genug gehabt, mehr in Schwäbisch, dass sie praktisch die Hauptattakteure sich ins Prügeln bekommen. Und da muss man natürlich aufpassen. Veranstaltungen mit Prominenten haben klare Regeln. So viel Sicherheit wie möglich und so wenig Präsenz wie nötig. Kaum ein Star will nur von seinen Bodyguards umringt sein, wenn er öffentlich auftritt. Nach 90 Minuten ist die Veranstaltung beendet. Acht von 21 festangestellten Mitarbeitern waren im Einsatz. Bei aller Härte hat der Job auch angenehme Seiten. Eins ist klar, die Türsteher sind immer beliebt bei den Frauen. Normalerweise dürften die kein Gehalt bekommen bei mir. Ja, wunderbar. Das ist ja die beste Idee. Alle Türsteher liegen vorne bei der Frau. Lass mich bitte umsonst rein. Kontrollfahrt ins Lichtenberger Tollhaus, eine Diskothek im Osten der Stadt. Als die Firma vor vier Jahren die Sicherheit übernahm, war der Ruf des Ladens durch Prügeleien ruiniert. Bis heute sind Schlägereien und Streitigkeiten unter Gästen nicht zu vermeiden. Bei den Auseinandersetzungen geht es meistens um Frauen oder um Begriffe wie Stolz und Respekt. Um zu klären, warum gestritten wurde, wird einer der beiden Kontrahenten zur Rede gestellt. Also ich stand da und ich habe gesehen, wie der Typ eine Frau geschaut hat. Einfach nur hingegangen und meinte, er soll damit aufhören. So, dann hat er damit aufgehört, dann hat er wieder angefangen die ganze Zeit. Ich saß da, er hat mich belästigt und das ist einfach alles, was passiert ist. Ich meine, ich will einfach nur der Frau helfen. Ich will in der Disco, um Spaß zu haben und nicht um hier irgendwie Stress zu machen oder sowas. Und das ist alles, was ich gemacht habe. Okay, wie wollen wir jetzt entscheiden? Normalerweise ist es ja so, dass unsere Segurte hier das Haus recht haben. Normalerweise würden wir nicht jetzt das Haus verweisen, aber da es ja nur eine Streitigkeit war, machen wir jetzt nochmal eine Ausnahme, drücken immer ein Auge zu. Auch immer anders nach der Uhrzeit, das ist ja schon was Feierabend. Machen wir heute noch eine Ausnahme, aber es sollte sowas noch einmal vorkommen, das ist definitiv Ende. Ja, das ist eine große, gelbe Karte, ja? Alles klar. Alles klar. Kaum ist dieser Ärger geklärt, folgt der Nächste. Weil er angetrunken ist. Wir kommen gerade aus dem Allberg, haben 300 Euro liegen gelassen, haben einen Gutschein bekommen für das Tollhaus. Und er darf jetzt nicht rein. Jawohl. Der Unterschied zwischen Ihnen und... Er ist mit uns gekommen, er ist ein bisschen später reingekommen. Lassen Sie mich bitte ausreden. Der Herr ist ziemlich angetrunken. Ich bin auch angetrunken gekommen. Ich bin auch betrunken und bin hier reingekommen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist eine Schweinerei, muss ich euch gleich sagen. Schönen Abend. Dass ich Kelpie Rinder trinke, ich kriege eine Freikarte dafür. Und wenn ich jetzt dann Kelpie trinke und komme jetzt hier rein, bin ich hier angetrunken. Also das heißt, je mehr ich dann im anderen Laden trinke, umso weniger komme ich hier rein. Stimmt irgendwie. Aber ich kriege eine Freikarte hier. Kann irgendwie nicht. Das kann es nicht sein. Wirklich nicht. Irgendwas ist da verkehrt. Das Nachtleben von Berlin. Kaum einer kennt es besser als Michael Kur. Erste Erfahrungen als Türsteher sammelte er vor 20 Jahren. Seine bitterste Stunde, der verlorene Kampf um eine Diskothek. Da war ein Durchlauf von fast 800 Leuten und wir hatten nur zwei Mitarbeiter gehabt. Und an diesem Tag ist eine Schlägerei entstanden und die hat sich entwickelt zur Massenschlägerei und wir waren nur zu zweit. Das war unmöglich, dass wir das in den Griff bekommen. Und aufgrund dessen haben wir praktisch die Kündigung bekommen, weil die Geschäftsleitung der Meinung war, wir hätten das mit zwei Mann in den Griff bekommen müssen. Aber das war nicht ein Mitglied der Laden, war erbrechend voll gewesen und das hätte keiner in den Griff bekommen können mit zwei Mitarbeitern. Außer die haben Supermänner, aber ich habe gute Männer, aber keine Supermänner. Um seine Existenz muss sich der Sicherheitsprofi keine Sorgen machen. Fast täglich bekommt er neue Aufträge. Ganz gegen den Trend in Deutschland. Nächste Woche bei SPIEGEL TV Extra. Alltag in einer Tagesklinik. Die einen wünschen sich eine größere Brust, andere nicht sehnlicher als ein Kind. Um Frauen ihr Schicksal zu erleichtern, stehen die Arzte gut 40 Mal am Tag am Operationstisch. Schön, schön, schön natürlich wird sie da sein. Frauenschicksale am laufenden Band. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie im Internet unter spiegel-tv.de Samstag Nacht herrscht Alarmstimmung in deutschen Diskotheken. Es wird gestritten, geprügelt und gedealt. In Berlin sorgt ein mobiler Sicherheitsdienst für den Schutz der Gäste und bestimmt, wer in die Disco reinkommt und wer nicht. Das ist immer eine Fläche mit dem, also nach Lust und Laune wird hier ausgemustert. Diese Türsteher sind Schweine hier. Die Dürfen sind da, die haben keine Ahnung. Wenn man sieht, dass Reden eigentlich gar nicht mehr geht, weil er aggressiv ist und rumschlägt oder versucht, Angriffe zu starten, dann kommt er natürlich sofort, wird das sofort rausgehen. Schlägereien gehören zum Berufsrisiko. Wer wirklich Angst hat, der kann diesen Job nicht machen. Kein Job für Frauen, das ist ein Job für Männer. Auch in sozialen Brennpunkten der Hauptstadt ist der Sicherheitsdienst gefordert. Ich habe Morddrohungen erhalten und bin selber schon angegriffen worden. Man wollte mit einer Holzlatte schon auf mich los und deshalb gehe ich hier alleine nicht mehr durch diese Wohnanlage. Mit einer ständigen Präsenz der Security ist es möglich, hier einigermaßen großes Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Aber eins ist klar, wenn die Security hier nicht mehr anwesend wäre, würde wieder der Krieg ausbrechen, der hier ist. Vorbereitung für die Nachtschicht. Die Sicherheitsprofis Willi Brunnemann und Michael Kur sind ein eingespieltes Team. Elf Patronen stecken im Magazin der Pistole Marke Glock, eine im Lauf. Kaliber 9 Millimeter. Bei gefährlichen Einsätzen ist der Chef der Sicherheitsfirma immer bewaffnet. Man muss immer noch betrechnen, dass was passieren kann. Und fast alle meine Türsteher, die haben eine Schussweste. Weil jetzt kann einer angreifen mit einem Messer oder mit einer Pistole und wir haben einen sehr gefährlichen Job. Und unser Leben kann die Schussweste retten. Bevor Willi Brunnemann in die Sicherheitsbranche wechselte, war er 15 Jahre beim SEK. Wir beide kennen uns schon sehr lange und fahren in diesem Bereich der nächtlichen Überprüfung die einzelnen von uns betreuten Diskotheken bzw. Baustellen etc. ab. Und dort bin ich tätig auch unter anderem als ein direkter Schutzfahrer und Berater. Ihre erste Station, das Palace, eine Diskothek im Berliner Stadtteil Wedding. Es gibt in jedem Laden Stress. Irgendwann. Hier vermehrt. Also ich kenne keinen Laden, keine Diskothek, wo noch nie Stress war. Gibt's nicht. Passiert immer irgendwie was. Entweder mutwillig oder wenn sie betrunken sind. Seit sieben Jahren sorgen sie in der Großraumdiskothek für Sicherheit. Neben dem Palace hat er seine Mitarbeiter noch in fünf anderen Diskotheken und der Spielbank Berlin eingesetzt. Freitags ist Großkampftag im Palace. Bis zu 2000 Besucher strömen in die Disco. Bevor sie den Tanztempel betreten dürfen, werden sie von den Türstehern gemustert. Der Chef macht sich ein Bild von der Sicherheitslage. Die Regeln für den Einlass bestimmt der Geschäftsführer der Diskothek. Mit der Tür steht und fällt im Prinzip das, was man hier im Laden für Menschen hat. Das heißt, für uns ist wichtig, welches Klientel wir hätten gemacht. Das heißt, damit steht und fällt auch der Ruf des Ladens und das Image einfach. Die Türsteher übernehmen das Aussortieren für 12,50 Euro die Stunde. Wer abgewiesen wird, erhält nur selten eine Erklärung. Haben nicht gepasst. Nicht für den Laden. Wir haben schon ein bisschen ein Bild von den Leuten, die rein sollen und die nicht. Und wir wissen auch, wie manche sich verhalten, gerade wenn sie dann was getrunken haben oder so. Man hat da schon so ein bisschen Auge für. Deshalb war man der Meinung, dass sie nicht wirklich reingepasst haben. Erstens von der Optik her sahen die nicht wirklich gut aus. Haben sie uns nicht drüber gefallen. Und zweitens, ja, wie gesagt, es ist halt die Erfahrung auch gerade mit Auseinanders. Es ist viel Stress, dass gerade etwas getrunken haben. Wer schon betrunken kommt, kann gleich wieder gehen. Nächstes Mal in Nüchtern kommst du in den Promi, ne? Aber anders gefahren. Wieso? Stehen Sie schon ein paar Optik? Ich habe zwar über den Tod geguckt, aber... Wir haben schon gesehen, wie du gekommen bist. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass ich irgendwelche Ajax machen würde. Oder? Sie kennen mich doch nicht, oder? Wovon hängt es denn an? Dieses Argument würde ich wissen von dem Leuten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, er ist abgefuckte Disco, also ich habe keine Ahnung. Schwarze Haare. Schwarze Haare, aha. Sollen wir unsere Haare jetzt schweren? Nach Lust und Laune wird hier ausgemustert. Der hat ihn mindestens schon 20 Mal an der Tür abgewiesen und 50 Mal hat er ihn reingelassen. Und jetzt kommt er mir mit dem Argument, ich kenne ihn ja nicht. Da muss man eine richtige Linie durchziehen. Da weiß ich von vorne rein, er lässt ihn nie rein. Dann versuche ich es auch nicht nochmal. Aber er kann nicht dreimal ihn reinlassen und dann lässt er ihn zweimal wieder nicht rein. Was soll denn das sein? Guck mal, für mich ist jetzt mehr oder weniger der Amt gelaufen. Auch wenn ich jetzt woanders hingehe, ich bin auch schlecht gelaufen. Es geht jetzt darum, dass wir den Eindruck haben, dass sie eben stark vertrunken sind. Also es muss noch lange nicht, dass ich den Laden irgendwie blamieren würde. Nicht blamieren, aber es kann sein, dass sie trotzdem aufgrund ihres Alkoholkonsums in der Lage sind, eventuell die Treppe normal runterzukommen und runterstürzen. Aber die Leute, die nicht drehen würden, zum allerersten Mal, heißt es noch lange nicht, dass ich irgendwelche Schlägereien machen würde, oder? Das kann aber sein. Wie viel willst du denn noch drin trinken, möchte ich mal gerne wissen. Wenn du noch ein Bier trinkst, dann trittst du einem auf den Fuß oder machst du eine falsche Bewegung und dann hebst du eine Schlägerei. Dafür habe ich kein Verständnis. Wie viel kommt der nicht rein? Das ist das, was ich gerade hier erfrage. Wie viel Argument? Aufgrund des Aussehens? Von außen redet doch keiner. Also du kannst höchstens vielleicht noch ein Bier trinken, dann liegst du flach. Meistens ist es verbal, meistens wird es laut. Aber in ganz groben Fällen kommt es natürlich auch so Schlägerei. Wenn der Mann eben extrem betrunken ist oder eventuell auch Drogen genommen hat, wie Kokain, dann sind sie ja unberechenbar. Und dann kann es schon eskalieren und dann kommt es auch so Schlägerei. Die hatten wir ja schon oft hier noch gehabt. Hey, was los? Das ist besser. Das ist besser. Kuss! Komm, komm auf! Komm, komm auf. Okay, für mich. Was macht die Fakten? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Bevor Michael Kur mit seinem Sicherheitsteam das Palace übernahm, gab es jedes Wochenende Schlägereien, Überfälle und Messerattacken auf die Türsteher. Als Türsteher irgendwo zu arbeiten, egal in welcher Diskothek, ist immer ein sehr großes Risiko, weil immer die Gefahr besteht, dass irgendein Durchgeschnallter da ist, weil er eventuell abgewiesen wird oder weil er der Meinung ist, sich zu profilieren, dass es da zum großen Knall kommt. Also wirklich der Job als Türsteher ist sehr gefährlich. Viele Diskotheken sind rechtsfreie Räume und die Schläger-Trupps oft Handlanger von Schutzgelderpressern. Erst übernehmen sie den Job an der Tür und später den ganzen Laden. Gängige Praxis in der Berliner Diskotheken-Szene. Im Umgang mit Schlägern und Messerstechern geht Michael Kur seinen eigenen Weg. Wir haben ja eine Politik, die sich absetzt von den anderen. Wenn es zur Streiterei kommt, sprich zur Schlägerei, halten wir, oder zumindest versuchen wir, denjenigen festzuhalten und der Polizei zu übergeben und machen eine Anzahl. Wegen Bedrohung, wegen Nötigung, versuchten Hausfriedensbruch. Das ist natürlich für die eine härterer Bestrafung, als wenn sie jetzt eine große Trachtsbügel von uns bekommen. Berlin-Spandau, kurz nach 23 Uhr. Die Disco Star Island hat erst vor wenigen Monaten eröffnet. Sechs Türsteher regeln den Einlass. Gerade am Anfang will man hier kein Sicherheitsrisiko eingehen. Der Laden muss sein Publikum erst noch finden. Die Türsteher wissen genau, wen sie wollen und wen nicht. Das ist ausstrahlen. Party. Keine Aggressivität wollen wir hier sehen. Die Leute sollen drin keine Angst bekommen. Die Leute wollen hier feiern, die wollen hier ein bisschen Spaß haben, die wollen hier Geld ausvergeben. Die sollen nicht zu locker aussehen, nicht zu sportlich, auf gar keinen Fall. Und ich denke mal, die Publikum haben wir auch. Was ist gegen sportlich einzuwenden? Ja, sportlich verleitet es auch schnell. Wenn ich eine Jogginghose habe, muss schnell mal einen Fuß tritt oder sonst irgendwas. Oder es ist mir ja, die Sachen haben sowieso nicht so großen Wert. Wenn ich eine Buntfaltenhose habe oder teure Schuhe, Budapester oder so, dann trete ich mal schnell zu. Muss nicht unbedingt sein. Aber das Gesamtbild, das verändert sich auch dadurch. Lieber eine legere Abendgarderobe, dann passt das alles schon. Palace ist eine andere Situation. Palace ist Wedding. Hier ist es spannender. In jeder Diskothek herrschen unterschiedliche Kleiderordnungen. Wir bekommen das ja vor, von der Geschäftsführung. Die sagen, die wollen ein bestimmtes Publikum haben. Und nach diesen Regeln säubern wir praktisch den Laden. Das heißt, wenn der Geschäftsführer sagt, keinen mit Turnschuhen, dann lassen wir keinen mit Turnschuhen rein. Oder keinen mit Jeans. Gepflegte Garderobe, dann lassen wir eben nur mit Garderobe rein. So selektieren wir, eben halt nach den Bedingungen, nach den Vorschriften und Wünschen vom Geschäftsführer. Fallen dem Sicherheitsexperten außerdem Straftaten auf, informiert er die Polizei. Die bekommen auch von mir Informationen, wer Stress macht, wer versucht, eventuell seinen Schutz dort anzubieten, wer eventuell versucht, Drogen zu kaufen. Die Informationen werden von mir weitergegeben. Und das ist nicht der normale Weg von Sicherheitsfirmen in dem gastronomischen Bereich, weil alle irgendwo versuchen, selber noch irgendwo in der Marken ihm bei zu verdienen. Der viermalige Kickbox-Weltmeister hat klare Vorstellungen, wer bei ihm arbeiten darf. Das heißt, Leute, die auch das Herz an der richtigen Stelle haben. Das zeigt sich dann erst im Gespräch, da haben sie alle Mut und kennen alles. Und dann, wenn die Leute arbeiten, die erste Stresssituation ist da, das heißt, da kommt es zur Schleerei, passiert es oft, dass die Leute dann eben halt weg sind, auf Toilette sind oder kurz den Getränk genommen haben, aber nicht da sind, wo die Stresssituation ist, das heißt, sie haben Angst. Und wenn ich das merke, werden sie natürlich sofort entlassen. Weil an der Tür, der Job ist hart, das ist brutal mitunter und man braucht das Herz hier. Wer wirklich Angst hat, der kann diesen Job nicht machen. Weitere Voraussetzungen, die Mitarbeiter müssen über 25 Jahre alt sein, ein sauberes Führungszeugnis haben und Kampfsport betreiben, damit sie sich im Ernstfall verteidigen können. Ein paar Gangs haben uns angegriffen, mit Baseballschlägern, Letzernwaffen. Letzte Woche, vor drei Wochen, wurde ich mit einer Machete bedroht von der Al-Warner. Ja, nur solche Sachen, Schlägereien. Was macht man da, wenn da einer vor einem steht mit einer Machete? Nicht den Rambo spielen und rausgehen und eins gegen eins, sondern 1-1-0, Polizei rufen am besten. Und im schlimmsten Fall, da muss man sich wehren. Deswegen trainieren wir auch. Viermal die Woche, das wird vom Chef erwartet. Es ist eine Arbeit, wo ich mich auch auf dem Bau mit einer Steife verletzen kann oder einen Betonrinnenfall oder sonst was. So kann uns auch was passieren, dass ich was auf die Nase kriege oder dass ich geschubst werde oder schlecht mit einem Messer angegriffen werde. Aber im Nachhinein, ja, man fängt damit an zu leben. Und feste Freundschaften bauen sich auf jeden Fall auf, weil man weiß, wer vorne mit einem an der Front steht und wer eben die Kollegen sticht das an nicht. Wir haben auch Kollegen, die weggerannt sind, aber die sind am nächsten Tag gleich viel arbeitslos. Mit der Zeit erkennt man, wer an die Tür gehört oder wer nicht. Nicht jeder kann an der Tür arbeiten. Das gehört auch viel Herz. Also Angst haben wir alle. Das kann ich sagen. Ich bin der Mutigste. Ich habe keine Angst. Das ist gelogen. Da glaube ich eine Angst, weil einer eine Waffe zieht. Ich habe eine Familie zu ernähren. Und jeder Angst. In der City-Passage mitten in der Hauptstadt haben verängstigte Ladenbesitzer um Schutz gebeten. Kein Einzelfall. Sicherheitsdienste gehören in deutschen Großstädten, in Einkaufszentren oder Ladenpassagen inzwischen zum Stadtbild. Der Sicherheitsdienst, der boomt, muss man sagen, weil die Kriminalität ist enorm gestiegen. Und dadurch ist auch der Sicherheitsanspruch enorm hoch geworden. Es gibt viele Gangs, Junggangs, die einfach kommen in eine Gruppe rein und lenken ab die Verkäuferin und der andere nimmt sich irgendwas mit. Also es ist einfach notwendig. Und das haben auch die Ladenbesitzer erkannt, dass es fast ohne Security gar nicht mehr geht. Ansonsten steht der Laden leer. Dieses Geschäft hat sich auf hochwertige Designer-Pullover spezialisiert. Beliebte Ware bei den Jugendgangs. Also ich bin eigentlich glücklich darüber. Ich finde das ganz toll. Also wenn es das über, sag ich mal, jetzt brenzlig wird, wenn ich jetzt beobachte, dass da irgendwelche Jugendlichen unterwegs sind, vier, fünf Mann oder auch mehr, dann mache ich das schon, dass ich bevor die reinkommen, dass ich den Sicherheitsdienst schon vorher hole, weil die ja dann ganz nützlich sind. Neben Diebstahl ist Checkkartenbetrug das größte Problem in der Ladenpassage. Einige Besitzer wissen sich nur, um mit dem Schlagstock zu wehren. Friedlich geht das sowieso nicht, ja. Das ist immer so, dass man zugeschlagen muss. Wenn man nicht zugesteckt, dann hat man schon am meisten Ärger, weil die schlagen schon zu. Das ist ein wenig kooperativ. Die wollen sich natürlich die Karte nicht wegnehmen lassen, wie sie gerade geklaut haben. Und dann sagt man, die Karte behalte ich, wie bitte? Und dann geht's los. Insofern verteidigt man sich dann meistens, wenn man so ein Ding einsetzt. Das ist verdammt, aber meistens hat man dann ein bisschen was zu tun. Der nächste Einsatz, ein Wohnblock in Neukölln. Wir fahren jetzt zu einem Objekt, wo 90 Prozent Ausländer wohnen. Hier ist ganz klar erstmal zu erkennen, warum Security und die Polizei gefordert ist und auch ganz klar überfordert ist. Weil hier sieht man sehr deutlich, dass hier ein Kampf ist, den man eigentlich gar nicht mehr zurückgewinnen kann. Weil hier einfach die Kriminalität ihre Wurzeln hat und wächst und gedeiht und man kann nichts gegen tun. Und wir versuchen trotz allem, was sehr, sehr schwierig ist, ein wenig Sicherheit dort den Mietern zu vermitteln, weil eben doch viele bedroht werden. Die banalsten Straftaten, die können wir rechts und links hier sehen, sind Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Körperverletzungen, räuberische Erpressung. Hier meint es dann mit Abziehen von irgendwelchen Alleinspazierenden in Abendbereichen und Leuten. Da wird das Handy geklaut, umgehauen, Geld weggenommen, dann Rauschgifthandel etc. Also diese üblichen Straßenkriminellen, die hier in den Armenbereichen tätig sind. Statt 1500 Menschen leben in den 600 Sozialwohnungen fast doppelt so viele. Der Sicherheitsdienst soll für den Schutz der Mieter und Mitarbeiter sorgen. Hausverwalterin Manuela Mattis kommt einmal pro Woche zur Mietersprechstunde. Immer wieder wird sie bedroht. Meistens von Mietern, denen fristlos gekündigt wurde, weil sie seit Jahren ihre Miete nicht zahlen. Bevor der Sicherheitsdienst da war, waren wir ja beide nur alleine. Dann sind sie schon auf uns los, teilweise mit der Holzlatte. Teilweise haben sie ihnen gesagt, wir treffen uns nachts wieder oder abends wieder im Dunkeln. Oder beschimpfen uns halt mit sehr vulgären Ausdrücken. Also ich bin sehr ruhig, muss ich mal sagen. Ich drehe mich auch um und laufe weiter. Aber immer ruhig zu bleiben ist recht schwierig und kommt immer auf den Charakter drauf an. Mein Kollege ist da ein bisschen impulsiver und dann kann es natürlich schnell eskalieren. Und durch den Sicherheitsdienst hat sich eigentlich einigermaßen alles so ein bisschen geregelt und beruhigt. Aber teilweise rasten sie nach wie vor aus. Wie viele Male sind wir umgetan, klopfen, hallo, können Sie ein bisschen ruhiger? Macht nichts. Wenn wir kommen, ist der Lärm zu Ende. Ich weiß es auch nicht. Deswegen, die müssen, die können das machen. Musst du viel Zeit? Und die setzen sich dann eine Stunde hin oder nehmen die Doppel? Aber ich habe ja schon mal gesagt, sie muss die Polizei holen. Wir sind hier einfach der falsche Ansprechpartner. Sie soll die Polizei rufen, wir können gegen ihr nicht helfen. Sie traut sich also nicht, wenn sie die Polizei ruft. Weinkrämpfe zählen zu den harmlosen Vorkommnissen der Mietersprechstunde. Vor unserer Zeit wurde die Frau Mattes ja geohrfeigt hier drin. Sie wurde mit Dreck beschmissen, bedroht. Und der Herr Knigge, der Hausmeister, wurde auch schon mehrmals angegangen. Also von der Wahrheit aus, das ist absolut notwendig. Herr Moment. Wiedersehen. Hallo. Also das ist eine absolute Notwendigkeit. Die Leute sind halt unverständnisvoll. Und da Frau Mattes auch eine Frau ist und wir einen großen Anteil an Türken und Arabern hier haben, die leben, haben sie halt immer Probleme, wenn eine Frau ihnen erklärt, dass es nicht so läuft, wie sie es in diesem Moment gerade wünschen oder haben möchten. Trotz Massenschlägereien unter Anwohnern, Rauschgift und Waffenhandel ruft der Sicherheitsdienst zwiespältige Gefühle hervor. Die 1 ist ganz voll. Also als ich die Sicherheitsbeauftragte hier gesehen habe, dachte ich, aha, meine Meinung, dass die Gegenfuhr schlecht geworden ist, einfach nur bestärkt hat. Ja, dass ich gesehen habe, aha, es ist wirklich so weit hier gekommen, dass hier Sicherheitsleute echt Beobachtung machen müssen, was ich eigentlich sehr schätze und auch gut finde. Vielen schätzt das auch ab, ja. Und sie sehen, aha, hier laufen Leute rum, die für die Sicherheit sorgen. Wo ich am 84 hier umgezogen war, das war total sauber, sehr schön. Und jetzt, jetzt möchte ich gerne weggehen, aber ich habe ja keine Chance. Jahrelang wurden die Wohnungen mit Asylbewerbern und sozial schwachen Familien überbelegt, ohne Rücksicht auf die Folgen. Uns, die da täglich mit zu tun haben, erschreckt es natürlich auch ja nicht mehr, auch diese Verdreckung in den Wohnungen, ja. Ob da jetzt Kakerlaken sind, Ratten, Schimmel, ob die, das ist ja genauso da, ob die pullern ins Treppenhaus, die pullern nur in ihrer Wohnung überall hin, also da richtig genauso. Seit sieben Monaten sorgt das Team im Auftrag der Hausverwaltung für Sicherheit. Wir sind normal zuständig hier, weil die Mieter ja nun durch diesen hohen Anteil, dass sie ja teilweise mit zwölf Mann in einer Wohnung leben, haben sie natürlich auch viel Müll und benutzen große Müllsäcke. Und die passen nicht hier oben rein, diese Riesenmüllsäcke. Die Tonnen sind leer und deshalb stellen sie den Müll halt daneben ab. Das ist ja schon sortiert worden von unserer Reinigungsfirma, sonst lichtet also bergeweise quer durcheinander und alles fliegt raus. Im Sommer natürlich extrem schlimm, weil der Geruch ist unerträglich, ne. Zu den Aufgaben von Manuela Mattes gehören auch Hausbesuche. Was sie erwartet, weiß sie nie. Für diese Wohnung hat sie sich den Schlüssel besorgt. Der Mieter ist verstorben, es gibt keine Hinterbliebenen, sie muss die Wohnung räumen lassen. Wohl ist ihr nicht bei ihrem Job. Ich habe Morddrohungen erhalten und bin selber schon angegriffen worden. Man wollte mit einer Holzlatte schon auf mich los, dann ist mein Kollege, der Knicke dazwischen gegangen, der hat es dann abgewehrt. Und von daher, also meine Sicherheit ist mir wichtig und deshalb gehe ich hier alleine nicht mehr durch diese Wohnanlage. Treppenhäuser, Kellerräume und Garage werden regelmäßig kontrolliert. Die Tiefgaragen sind vor unserem Arbeitsbeginn hier im Objekt als Stellplätze für geklaute Autos, die dann entweder ausgeschlachtet und komplett beseitigt wurden oder die Reste wurden halt hier einfach stehen gelassen. Durch die Bestreifung unsererseits hat sich dieses Maß einfach reduziert an Autowachs und an den ganzen Schmutz, der Jungen und Marumelingen hat. Bis nachts um eins drehen die Männer vom Sicherheitsdienst ihre Runden. Vor zwei Monaten sind wir noch in zweier Streifen laufen, aber da wir hier massive Probleme mit Anwohnern hatten, haben wir einfach entschlossen auf Sicherheitsrunden, dass wir nur noch zu viert laufen und uns nicht mehr teilen. Das ist Eigensicherung. Das ist einfach eine Eigensicherung, die wir betreiben und von daher gibt es keine Teilung mehr. Es bleibt einfach bei dem, wie es jetzt ist. Und dadurch kann man auch unsere Arbeit effektiver verrichten als vorher. 19.000 Euro im Monat ist der Hausverwaltung der Sicherheitsdienst wert. Das ist die sogenannte Mission Impossible. Fast unmöglich, hier für 100% Schutz zu sorgen. Eigentlich ist es ein verlorener Krieg, den man gar nicht zurückgewinnen kann. Nur mit einer ständigen Präsenz der Security ist es möglich, hier ein einigermaßen großes Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Aber eins ist klar, wenn die Security hier nicht mehr anwesend wäre, würde wieder der Krieg ausbrechen, der hier ist. Zwei Uhr nachts in der Diskothek Palace. Es gibt Stress im Laden. Die Toilettenfrau hat Alarm ausgelöst. Die Türsteher sind im Einsatz. Vermutlich, so die Türsteher, haben die beiden Gäste Drogen konsumiert. Ein Vergehen, das sofort geahndet wird. Sie werden aus der Disco verwiesen und bekommen Hausverbot. Auch der Sicherheitschef will einen Gast zum Gehen bewegen. Der Besucherandrang reißt nicht ab. Zwischen zwei und vier Uhr morgens ist die Diskothek am besten besucht. Messer finden wir sehr oft. Also gerade so klicken die, checken ja die Leute vorne ab und da werden sehr oft halt Messer gefunden. Schlagstücke hatten wir auch schon, Schreckschusspistolen. Also es kommt alles vor. Und nicht selten. Immer wieder versuchen abgewiesene Pistengänger, die Türsteher zu überreden, sie doch noch reinzulassen. Vergeblich. Ich weiß nicht, wir sind wohl ein bisschen südländischer als die anderen. Quatsch, man. Es ist voll okay eigentlich, aber wir machen nur Faxen. Er sagt, wir passen da nicht rein, aber stimmt gar nicht. Ich muss mich doch nicht jedes Mal vorstellen. Ich habe mich schon zweimal vorgestellt. Oben habe ich mit ihm geredet, vor einem Monat habe ich mit ihm geredet. Du kennst mich doch auch. Du siehst mich doch auch jetzt. Ich bin die ganze Zeit nie, nie im ersten Moment. Ja, aus dem Grund, du wirst auch sauer. Wenn du irgendwo reinkommst, nächste Woche erkennt er dich nicht. Letzte Woche komme ich hier rein ohne Probleme, kein gar nichts. Siehe noch schlimmer aus als jetzt. Nee, er kommt nicht rein. Er kommt nicht rein. Ich? Warum? Weiß nicht. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, hieß mein Studentenausweis. Schwarze Haare, Lederjacke ist normal. Also, die sind zu fünft gekommen, zu viert kommen wir rein. Der ist der einzigste, der nicht rein darf. Ich kann mich nicht wundern, dass die Türsteher hier Probleme kriegen, wenn wir irgendwelche Freunde hier rufen und hier mal rein stürmen und die Türsteher schlagen. Also, ich bin nicht so einer, aber wenn die anderen es machen, kann ich es richtig verstehen. Man baut sich die Aggression irgendwie selber auf, irgendwie an der Tür. Und dafür können die Türsteher eigentlich nur was dafür. Weil der Chef sagt so, sortiert selber aus. Und wenn wir Stammgäste reinkommen und ich bringe halt einen Freund mit, der keine Stammgasse ist, dass wir hier nicht reinkommen, das ist irgendwie Quatsch. Ich habe jetzt letztes Mal jemanden geschlagen, deswegen komme ich nicht rein. Egal, ich gehe woanders hin. Es ist mir scheißegal hier, Drecksdisco hier, alles Fotzen hier. Ich war besoffen so, ich habe ihm seine Nase gebrochen, blaues Auge hatte er, normal. Drei, vier Bier und dann... Mal gucken. Diese Türsteher sind Schweine hier. Die Idioten sind das, die haben keine Ahnung. Wann die Situation eskaliert, können auch die routiniertesten Türsteher nicht voraussagen. Das sind die Sporthosen. 190 Euro. Mag ja sein, aber... Passt nicht so geschreit. Du bist nicht? Momentan ist schon außen. Gar nicht. Plötzlich kippt die Stimmung. Ganz aggressiver. Ganz einfach, das ist mein Echt. Kannst du einfach sagen. Das sind hier bestimmt ohne. Äußerst gewaltbereite Leute. Hat man doch gleich gesehen. Die äußerst schnell hochgehen, also aggressiv wehren. Und sowas wollen wir natürlich hier im Laden absolut nicht haben. Da wollen wir den Stress lieber hier an der Tür machen. Schirmt vielleicht runter. Schirmt! Ja, aus dem Reichen. Hier kann der Stich tropfen. Wir haben dich weggenommen. Wir haben uns in der Stich-Propag. Wir haben dich zu weggenommen, du Hohenfein. Ich habe dich in der Stich. Ich bin der Stich. Nach 30 Sekunden ist alles vorbei. Niemand wird verletzt. Die Angreifer flüchten. Das ist das beste Beispiel dafür, wie aggressiv alles sich hier entwickeln kann. So schnell kann das jedes Wochenende passieren. Mithilfe der Polizei will Michael Kur die Täter stellen. Ich fahre jetzt mit und versuche die Leute zu finden und zu identifizieren. Vielleicht sind sie hier noch im Umkreis und dann können wir noch eine Anzahl machen. Die Leute waren zwar schon sehr aggressiv gewesen von Anfang an, aber ich hätte nicht gedacht, dass es noch so eskaliert. Dann muss man immer damit rechnen, passieren kann es immer, aber dass es so eskaliert, damit hat man nicht recht. Wir sind alle keine Supermänner, ganz herrlich. Angst hat jeder, aber man muss damit umgehen. Wir müssen das machen und das ist unser Job und das ist gut so, das ist okay. Das passiert nicht alltäglich und das ist echt okay. Die Türsteher werden als Zeugen vernommen. Die Suche vom Chef ist erfolglos. Wir haben also nur die Jedermannsrechte, das heißt, wir haben ja so nicht die Aufgaben der Polizei. Wir können also nur reagieren, praktisch im Sinne der Selbstverteidigung in der Notwehr. Ansonsten haben wir relativ wenig Rechte. Wie gesagt, wir sind keine Polizisten. Seit 1994 schlägt sich der ehemalige Postbote die Nächte in Diskotheken um die Ohren. Also ich hoffe, dass wir doch hier ein bisschen was bewegen können, also dass wir was verändern können, dass die Stadt Berlin ein bisschen ruhiger wird. Aber wenn das sich wieder zurückbildet, dann ist man halt so frustriert, dass man wahrscheinlich doch aufhört. Weil das ist ja doch sehr gefährlich, weil man macht sich ja eine ganze Menge Feinde von der anderen Seite und das kann ja doch irgendwann mal in Hosen gehen. Man kann ja nicht alle ins Gefängnis stecken. Einmal pro Monat trainiert der 41-Jährige auf dem Schießstand. Eine von vielen Voraussetzungen, um den Waffenschein nicht zu verlieren. Wir hatten früher ganz normale Schlägereien, da galt noch das Faustgesetz. Das ist heute vorbei. Es haben viele eben auch Waffen dabei, sprich Butterfly-Messer oder Messer, Dolche, alles Mögliche, eventuell auch bis zu Waffen. Ob die scharf sind, das weiß man nicht. Aber wenn man dort angegriffen wird mit einer Waffe oder bedroht wird, dann muss man erstmal davon ausgehen, dass das eine scharfe Waffe ist. Aber in jedem Fall hat das auch zugenommen, diese enorme Gewaltbereitschaft. Und es ist auch so, dass die Waffen gezeigt werden und die auch eingesetzt werden. Also enorm gefährlich. Ja gut!